Elefantenrennen, so ich muss gerade aus. Alles klar. Genau nebeneinander. So fährst du rüber, fährst du rüber? Ich bleib hier in der Mittelspur. Sag mal was soll denn das? Polizei, Polizei! Mann, Mann, Mann. Oh, oh, Scheiße! In der Mitte! Wir blockieren die Straße hier. Wär doch nicht in der Mitte durch, oder was? Das ist ja krass. Ich fahr schon Standstreifen. So, geradeaus. Bist du mich schon wieder bedrängen? Ich dräng dich doch gar nicht ab. Na vorne mal hinter mich. Und du bist die ganze Zeit. Oh, oh. Na? Das hab ich auf Video. Das melde ich den Admin. Ich drängst Leute ab. Ich hätte jetzt gedacht, du machst jetzt einen Sprung nach oben. Alter, der ist so bekanntlich, äh, so gesagt, einer... Ich weiß gar nicht, hätte ich auch unten langfahren können? Geradeaus hab ich gar nicht gesehen. Das ist ja, so gesagt, einer... Ja, du hättest auch unten langfahren können. Aber meistens hätte ich dann Pech gehabt, dass das Rad einer langfährt. Jep! Bam! Ne, das Problem, ähm, was ich sagen wollte, halt so eine kleine Schanze, der an dieser Auffahrt. Achso. Wenn du die Beschissen kriegst, dann springst du. Na, ich hatte ja vorher abgebremst. Oh! Wir kommen näher. Wer kommt näher? Ähm, er fahr wieder vorbei. Da drüben. Ander vorn. So. Seid's doch hinten! Ja, du hast mir schon wieder fast abgedreckt. Oh, Mensch! Genau in dem Moment, wo ich fast neben dir bin, ziehst du wieder rüber. Schut mir leid, Alter, der gibt doch... Der gibt doch Kass, jo! Versuch jetzt drüben zu bleiben, ja. Muss jetzt erstmal. Beschleunigen wieder. Ey, du hast einen 730 PS Scharge mit dem Motor drinnen, also bitte! Ja. Ahja, ich mal gucken, wie schwer ist denn meine Fracht. 13 Tonnen nur. Oh, oh! Was jetzt? Deine scharfe Kurve. Ja. Du wirst es dir jetzt schnell überlegen, dass du vorbeiziehst. Ne. Nö. Ich nehme mich jetzt mal auf die Mittelspur muss. Mach doch! Habe, Schwott. Hä? Easy. ok was ist schon wieder jemand hinter uns was fahren die denn alle so jetzt war ich mal links also ich kann die ich kann die links ich kann die rechts weil der liebe ja wieso so jetzt kann er oder doch nicht so wie auf mittelspur weil sie es ist schon wieder jemand wir fahren auch schon 94 glaube wir fahren einfach zu langsam ist wohl schneller erlaubt das gene erstmal kennen wir hinter uns jetzt merke ich dass du wieder schneller fährst das muss ich nämlich auch wieder schneller formen 94 wieso kannst du da kommst du ziehst du von mir weg obwohl ich 92 st gemäter fahre und 94 tempomat ich hab jetzt 96 5000 1000 auf geht's durch die berge der kleinen berge na gut flach land lieber durch zwei zwei mal wieder wird macht richtig spaß das richte das geht aber nur mit der tsm wenn die schweiz geht ja so weil schweiz geht ja soja 21 uhr 58 den 121 kilometer nach habe ich hier wo es wird immer weniger und hier müssen wir wieder abfahren warum blick ich denn jetzt schon warum blinke ich denn jetzt ja über osnabrück amsterdam ach so ach mich will er über köln nutzen ich hab voll auf die bremse getreten die sauer die geschoben wie nichts gutes zum glück haben wir nichts ja von gerade aus von links halt ne das war geplant das war geplant also war richtig fest auf die bremse treten das war geplant ich glaube ich muss in die werkstatt neue bremsen montieren die bremsen werden sich die bremsen die bremsen bedanken sich bei dir ich muss mal auf die bremsen treten weißt wie viele tonnen du hinten dran hast 13 geht eigentlich 13 aber immerhin so 13 tonnen das rechnest du oder das dividierst du durch zwei dann hast du dann hast du die kilo zahl oder dann hast du die tonnen wie viel jeder einzelne ja das berechnest du das jetzt eigentlich wurde der wagen mitgezählt das heißt 13 tonnen durch drei dann hast du alle drei ich weiß jetzt nicht was du meinst dann hast du eigentlich das gewicht von den zwei traktoren und das gewicht von dem von der von 32 das ist auch schon das gesamtgewicht die 13 tonnen egal 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 88 ja ja das ist doch genau mal so eine richtige aufgabe für den bullshit ja genau ist der herbert der wird sich freuen dein bruder wieder mal nur nur auf seinen bruder angewiesen ist hier kollisionszone aus so was haben wir denn oder 270 km ist ja bald durch der shit so ich klebte langsam auf aber jetzt fahr ich ein bisschen langsamer weil hier kommt eine scharfe kurve wenn sich grad kurve bei mir hakt das ganz schön bau war ja musik user jörg user jörg da ist los user jörg user jörg was soll denn das ist mal kurz warten vollgefuttert wer ich muss warten ja weil ihr sich unbedingt einer vordrängeln musste okay ich warte hier an der ausfahrt nach der ausfahrt ja ja was haben die sich dabei gedacht die wohl in der gleiche als gibt es das nicht als du bist dann jetzt nicht ja ich hab's ja schon aber in den also ich kann es ja nicht installieren wegen diesen schweiß administratoren er war aber überhaupt von jungen so eine rotze menschen kommst du jetzt dichter ja der junge sei fahren hier der sick kills 440 hast ja schon wo was meter zu mir äh da will ich gerade hinter hinterm jens mit einlenken da zieht auch immer der sorgten kürz rei n Nr so dass war und das machte ja der will mich nie vorbeilassen Nini bei Spielern ist kein gespielt wir haben gekauft was auch da kommt ein feuer schon drüber Jetzt könntest du langsam schon wieder die Aufnahme stoppen. Die läuft schon die ganze Zeit. Auf die Scheiße. Seitdem der da bei uns mittendurch gefahren ist. Weißt du? Wo rechts und links da? Achso. Ey, sag mal ich. Du hast für uns was verpasst, Rabot. Was denn? Was denn? Ja, was denn? Was denn, was denn? Ja, was denn? Ja, was denn? Jens und ich, wir sind ganz normal gefahren. Also ich bin normal gefahren. Fuhren weg. Ja, 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 normal. Schön nebeneinander. Jens kann es bestätigen. Auf jeden Fall. Jens sagt ja das Richtige. Nein, ich glaub's dir schon. Schön nebeneinander mit 95. Ja, ja, ich glaub's dir, ja. Auf jeden Fall tauchst du dann auf einmal plötzlich aus dem Nichts. Ein Auto direkt auf meiner Spur auf. Auto oder LKW? Achso, okay. Ach ja. Ach ja. Mein LKW hat's natürlich ein bisschen nach oben geschlägett. Ja, weißt du, wie letztens noch? Und der andere ist erst mal in die Luft geflogen. Ich hab's nur im Rückspiegel gesehen. Ja, das ist mir letztens auch noch passiert, Stefan. Mein Anhänger, der ist natürlich im Boot versunken. Oh. Ach, das meinest du, mitten auf der Autobahn? Ja, das auch. Aber der, das, 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 ja. Der, der, der Unfall, das war natürlich auch mal so ne, das war auch so ne Sache. Also der ist auch plötzlich. Und ich bin auch hinten drauf gefahren. Ja. Oh, plötzlich. Boom. Ja, mein LKW, da war das, das war eigentlich dann total schaden. L. O. Oh, was machen die denn da übers Gras vorhanden? Tankstelle ist voll. Ja, Stefan weiß noch, wo wir letztens gefahren sind. Dann ich durch diesen einen durchgefahren bin und dann war auf einmal Kollisionstunnel aus. Und dann bin ich auf einmal so hoch geflogen. Das hat ich gar nicht gesehen, aber ich... Ja, ja, du warst da hinter mir, das war in, ähm, Frankreich. So. Pech. Ah. Also das ist schon einiges, einige Sagen, also. Manchmal muss man wirklich an, sich an den Kopf greifen. Orndi-Typen hier, also. Wie vorren die eigentlich hier? Creeper, Creeper, fick dich. Hier, Junge, hier. Aber es wird alles aufgenommen. Deine Sprache ist mit drauf. Ja, ja, ich hab nur gesagt, Creeper, geh weg. Nee, du hast gerade ein Wort gesagt, was nicht sehr schön ist und das wird dann auch bei YouTube drin stehen, ne? Welches Wort? Ich sag's ja deswegen nicht. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Das wirst du dann nachher hören, wenn du's dann hochstellst, reinstellst. Ja, egal, Junge. Das war aber wirklich angebracht, dieses Wort. Essen. Genau. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Weißt du, was wir gegessen haben? Oh, wir haben gegrillt. Pizzer Burger. Achso, deswegen. Gegrill Burger. Nein. Na, deswegen so ein bisschen länger. Haben uns schon gewundert. Ja, wo du bleibst. Wir haben alles über gesagt, sonst setzt er sich am Tisch, schaufelt alles rein und es sind zwei Minuten mehr hier. Ja, das ist normal. Das ist normal. Ja, das ist normal. Ich esse ja eigentlich auch nicht viel. Aber wenn's lecker ist, dann muss ich halt zugreifen. Dann war ich heute noch bei Mac, ey, also wirklich, ey. Boah. Da war ich schon Ewigkeit nicht mehr. Ja, ich war auch lange nicht mehr. Eigentlich wollte ich diese neuen 1-Euro-Burger dann mal schon lange getestet haben, aber kommt da irgendwie gar nicht zu. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Welche 1-Euro-Burger? Na, Cheeseburger, Chickenburger. Ich soll ja mit zwei normale Burger, die einen Euro kosten und da gab's irgendwie zwei andere noch. Chickenburger? Ja. Ich glaub, der Chickenburger kostet 1,10 oder so, ne? Ja, aber alles wurde teurer. Aber... So um 20 Cent oder so. Burger King ist ja sowieso eine Sache für sich, also die kämpfen ja jetzt ums Überleben. Die sind eklig. Ja, und das, was hier... Ja, ja, das hab ich schon gehört. Ich hab da nur gehört, dass sie einige Filialen, die geschlossen worden sind, und dann grundrenoviert haben und dann erst mal jetzt wieder neu aufgemacht haben, ne? Von den 10, die sie geschlossen haben, da sind schon wieder 7 offen oder so. Oh, da fährt wieder rein. Ja, können auch ruhig zubleiben. Brenno Power hier. Hä? Wer fährst denn du? Äh, 96. Nicht so schnell hier. Wir dürfen das. Wir haben ne Sondergenehmigung. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, mich, wie, 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 wie. Junge. Du würdest dir jetzt bestimmt jetzt gleich wieder vorstellen, was jetzt von mir kommen würde. Bullshit. Nee, passt nicht. Oh, kommt dir das an, wir haben die 100 Kilometer, ich habe nur noch 100 Kilometer. Crash vielleicht? Crash? Was habe ich denn gestern Abend gesagt zu dir? Äh, heute kommt was? Heute Samstag. Ja, stimmt, heute Samstag. Also kommt heute nichts gescheites im Fernsehen. Also ist es nicht mehr gut. Ich will das noch. Was denn? Ich glaube, da war ich etwas verpennt. Das ist ein Abend, verpennt? Ja, weil ich die ganze Woche Projekt hatte. Achso. Und da habe ich eine Eins. Laa. Wie knacke ich das Admin-Passwort? Kann es nicht gewesen sein. Scheibklasse, wie du siehst. Okay, jetzt rücke ich doch mal ein bisschen hier auf die Bremse, sonst gebe ich der Hitze auf dem Heck dran. Ah ja, ich war nur noch 86. Ja, das wäre angebracht, Herr Eismann. Hier, nehmen wir bitte nicht meinen Nachnamen, ja? Okay. War jetzt ein bisschen blöd. Ah, du heißt ja nicht Herr Eismann. Ich habe Bullshit geklabert. Ich habe aber den Namen schon gesagt. Oh, oh, hier stehen sie wieder. Boah, das war bei mir in YouTube auch, da hat man auch meinen Namen gesehen. Na gut, ich habe meinen Nachnamen hingeschrieben, aber das ist wurscht. So, jetzt mache ich das mal hier schön. Ja, wann ist dein Bruder anwesend? Ja, der ist schon da, aber der möchte es ja nicht machen. Sag mal, was ist denn das für eine Kinderkackelerei? Ja. Mach da mit Absicht, du kannst immer nicht spielen. So eine Kindergarten, oh Mann. Du musst sagen, was für eine Rotze. Nee, das ist Kindergarten. Das, was der macht, das ist Kindergarten. Ja. Wenn ich weiß, gut, okay, der will mit seinen Freunden spielen, gut, okay, dann mache ich es eben so. Hey, da ist ein Skelett. Was spielst du denn? Ich töte dich. Minecraft. Ach du Scheiße. Oh, ich bin da mega gut drin. Das wollte ich eigentlich auch mal spielen, aber das ist so. Ja, ich habe nur die Unlizenzierte Spielversion. Da gibt es mehrere, okay. Die Demo. Krack. So, Rotterdam muss ich dann. Ja, ich auch. Ja, ich muss dann weiterfahren. Ich habe ja noch 462 Kilometer, also plus die Seeweg. Ach, die ist ja 60. Oh, South Park, 19, äh, 1992. Ah, was war ein Name? Rotenflieger, das sieht doch geil aus, der landet gerade. Ja, das stimmt. Ja, in Rotterdam oder da, oder? Ja. Zwischen Amsterdam und Rotterdam, oder? Genau, unten fahren wir gerade unter der Drone. Oh, ja, ich finde die Strecke so. Vorne gerade unter der Landebahn. Ja, ja. Ne, da vorne stehen sie wieder. Ja, du müsstest mal meine Welt sehen, ey. Die sieht eigentlich mega krass aus. Aber, hallo, wieso fahren die denn jetzt rückwärts? Weil die dumm sind. Wir wollen die Flugzeuge aufnehmen. Oh, mein Gott, was hab ich hier. Hey. Hey, hier stehen sie ja wirklich alle rum. Was ist das denn? Ein Schiff? Geradezu? Wir fahren jetzt unter den Kanal durch, wa? Ja, ja, das ist so ein Schiff bei. Genau, da fährt ihr doch unten drunter durch. Genau, und oben drüber fährt auch ein Schiff. Da musst du mal die TV-Ansicht machen. Und dann siehst du das von oben halt. Ah, jetzt so spät. Nee. Boi. Boi, Jens. Ja, Bullshit. Ja. So, ich muss gleich abbiegen. Also, du kannst wirklich mal deinem Bruder sagen, dass es wirklich echt Kindergarten ist. Naja, ich frage morgen mal wieder. Wieso morgen? Du willst das Spiel heute spielen? Das ist einfach nur Kindergarten. Ja, egal, ey. Ich frage morgen. Wenn du hier, wenn du mein Bruder wärst, ich würde da nichts sagen, wenn du mit deinen Freunden spielen würdest. Das ist die Kippe-Koppel. Wirst du mein Bruder sein? Du, wenn das so wäre. Wenn du jetzt mein Bruder wärst. Dann würde ich, dann hätte ich, dann hätte ich, dann hätte ich einfach nichts dagegen. Ja. 5 Euro. Ja. Ich finde ja auch lächerlich. Ja, dann sagst du ihn doch. Oder dann droht er immer, dass er mein Kind, ey. Dann sagst du einen Knallhaut ins Gesicht. Dass er, er sagt dann immer so, ich mach so eine Zeitsperre rein, dass du nicht mehr rein kannst. Was macht der hier? Hat er sich festgefahren? Finde ich auch so Kindergarten. Das ist so Kindergarten, ey. Bullshit. Also ich muss sagen, das ist kein Bruder. Bruderlich. Ja. So, ich schwieg jetzt rechts ab, ne? Ja. Tschüss. Ich guck den anderen noch hier. Der hat sich, was fährt denn der da mitten im Wald rein, ey? Geil. Nimmst du auch, ja, gell? Ah ja. Er hat ihn die ganze Zeit auf. Da nimmt er auch das Mikro auf. Oh, geil. Hier steht sie hier so rum. LOL, was war das? Was ist das? Ach, der wollte darum, jetzt fährt er, ist er ein Geistesverfahren. So, ich mach hier einfach mal eine Fakke rein. Was hältst du davon, wenn wir mal zusammen ein Let's Play machen? Ja, was? Aber das, na hier von dem hier Multiplayer, aber das heißt, von Anfang an, also, ein neues Profil, ohne Mods, ohne, ohne, irgendwie, Ja, das geht ja bei Multiplayer auch nicht, ne? Naja. Das wir sozusagen bei null anfangen, und dann, oh, ich wurde geblitzt. Das wir dann voll, das wir dann, wir dann loslegen. Ja, ja, das fände ich auch gut. Wow. Ich muss hier Fackeln reinmachen, dass es hier keine Monster spawnen, ey. Ach, die Scheiße, ey. Was? Die Scheiße. Wer? Ja, Minecraft. Ey. Es ist lustig, das Spiel. Ich kann davon, ey, mich nicht abgewinnen. Ich hab da bei Pete's Meet da manchmal diese Battles gesehen, diese Jump Battles, oder was weiß ich da. Adventure, 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 Jump Map, oder was weiß ich da. Ich find's immer lustig, wie Hardy ausrastet. So, grün. Monster, eh, ey. Und ich bin jetzt da. Geh weg, du Monster. Kursch. Oh. Aber wie gesagt, da muss von Anfang an, äh, ich hab da mal wirklich vor, dass wir von Anfang an denselben Truck haben. Brauche ja nicht unbedingt, jeder hat ja so einen eigenen Lieblings-LKW. Ah, okay. Aber, dass die Lackierung halt vielleicht so einigermaßen übereinstimmen sollte. Und dann schauen wir mal, ob wir zusammenfahren, oder so ein bisschen denn halt variieren, muss man mal gucken. Ich bin ja schon drinne. Tee. Super. Hab ich gut gemacht. Oh, ausgezeichnet. Guter Junge. So, Aufnahme. wünschen wir. Aber als erstes.